und wo welche strahlen haben da ist aber eine spur die will ich haben das ist ja auch ein neuer wege das ist der gleiche wie eben das ist der gleiche weg wie eben aber hier geht es will kennt wie da will ich hoch ich glaube ich weiß auch wie das könnte jetzt mal selbstmordversuch sein so geht es ja nur runter zu hoch gehen alle ja verstehe irgendwas was finden. Könntest du da eine Klappe halten? So. Das geht nicht, oder was? Ah, automatisch, wenn ich den nächsten Raum betrete, ändert das wieder. Das heißt, ich muss irgendwo... Ah, okay. Ja, das ändert dann automatisch. Also, ich muss da irgendwie anders hin. Hier muss irgendwo noch was sein, wo ich dann da rüber kann. Oh, wie war das noch gleich? Das ist ja scharf, da. Naja, ich muss einfach nur... Ah, der war dumm. Ich glaube, ich habe mich ja eben schon mitverteilt. Oh! Ich habe, glaube ich, gerade die Stelle gefunden. Abgesehen davon ist es zu hoch. Ja. Ich muss mal eben bitte... ...wann mal runter. Und was kriegen wir hier? Äh, eine Karte. Das ist super. Wow. Ne Karte. Toll. Ich hatte jetzt was Besseres erwartet. Gut, was Besseres kriege ich nicht. Ist halt so. Das verstehe ich nicht. Sie gehen einfach mal hier lang, weil hier steht der Neuweg auf. Halt die Klappe. Ich gebe dir gleich Strahlen. Das ist verstrahlt, übernötig. Ich bin immer noch halb tot, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ne? Das ist suboptimal. Der schwarze Thron. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich komme jetzt zurück. Ah, Moment. Ich komme zurück. Das ist natürlich sehr interessant, weil dann werden wir nämlich jetzt einen kleinen Ausflug machen. Und zwar in jedes Gebiet... Der war scheiße. In jedes Gebiet, in dem wir schon mal waren. Grund dafür ist, dass wir ja jetzt was haben. Hey. Okay. War doch so halbrichtig eventuell. Weil wir jetzt wissen, wo sämtliche Truhen sind. Und das Wissen möchte ich gerne nutzen. Weil dann möchte ich nämlich jetzt sämtliche Truhen auch mir holen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen... Klingt vielleicht dumm oder was weiß ich nicht was, aber ich möchte das gerne tun. Ich möchte sämtliche Sachen gerne haben. Fangen wir doch gleich hier an. Na gut, hier ist natürlich nix, war ja klar. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach... Wow. Wir sterben gleich. Ich verspreche es euch. Wir sterben gleich. Ja, ich renne dann mal. Ja. Ha, wunderschön. Aha. Da hat mir auch schon die erste Truhe, die wir anscheinend nicht geöffnet haben. Aber ich glaube fast... Da, da oben. Hi. Wie komme ich da hoch? Aha. Ich habe gerade schon gefunden, wie ich da hochkomme. Wenn du jetzt runterfällst, dann kriegst du aber mit mir... ...Krieg die Morden. Wow. Ach, damals gab es noch keine Abgründe, weil man sich noch an das Spiel gewöhnt hat, oder was? Gut. Ganz haft. Also, ich... Jetzt geht mir hier nicht auf den Strich, ja. Auf den Zeiger. Gegen den Strich, würde ich sagen. Aha, da drüben haben wir sogar noch ein Artefakt. Egal, holen wir uns erstmal das da drüben. Also, die Truhe. Hey, ist mich ein Zaunkern drin, das ist schon mal sehr schön. Ja. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich werde jetzt sämtliche Truhen aus sämtlichen Gebieten holen, die ich, äh, ja, kriegen kann, eigentlich. Ja. Also, ich werde jetzt versuchen. Der Artefakt müsste mir eigentlich auch angezeigt werden. Ja, würde es mir. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich da dran komme. Ähm. Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Äh, das wundert mich aber jetzt nur ein bisschen. Ich weiß nämlich gerade ernsthaft nicht, genau wie ich da hinkomme. Oder doch. Oder doch nicht. Wie komme ich denn da rüber? Ja, komm ich. Und daran kann er sich irgendwie nicht festhalten. Äh, darauf kann der irgendwie nicht stehenbleiben. Johnnie, also nicht. Balancieren kann der irgendwie nicht, hab ich das Gefühl. Hallöchen, kommst du da hoch? Danke. Ähm, ja, was mach ich denn jetzt? Ähm. Möchte ich irgendwas, womit ich da hinkommen kann? Portale seh ich nicht, dass ich die irgendwo hinschießen kann. Nöterisch nicht. Ich kann da wohl drauf. Ich war da doch gerade sowas von drauf. Hatte ich damals schon Flügel? Ich glaube nicht. Eventuell kann ich also ganz einfach mit den Flügeln da rüberfliegen, kann das sein. Ja. Ich muss die ganze Mühe einfach ersparen können, egal. Jetzt haben wir das Artefakt so da, wunderbar. Jetzt gehen wir noch weiter zurück. Achso, ich kam von hier oben. Ja, okay. Gut. Gut, gehen wir raus. Irgendwo. Da. Und gucken, wie es da aussieht. Die Kreuzung. Aha. Da haben wir auch noch eine Truhe. Wo, links oder rechts? Habe ich gerade nicht aufgepasst. Äh, Karte halt da. Dort unten scheint auch noch eine... Warum sind jetzt überall die Gegner? Warum habe ich jetzt hier nicht wieder gegen die Komplett Einfachung zu tun? Also, die sind auch einfach genug eigentlich, aber... Also, im jetzigen Leben hätte ich lieber die noch ein paar... Okay, ich bin gleich im Arsch. Meine Kindheit kann man ja... Wenn ich Glück habe, kann ich mir mit euch... Ein klein wenig Leben wieder ergattern. So, Moment. Bin ich hier richtig? Ne. Bin ich hier richtig? Nee, ich bin hier falsch. Hä? Ah. Da haben wir eine Erklärung. Hier kamen wir damals nicht, Tobi. Ich will hier weg. Teil an Abgrundgrößen. Bitte, 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 bitte. Höllenfeuer. Durchsetzt eine Nachkrufe mit dem Element Feuer. Könntest du bitte sterben. Zack. Ja, ich hab ja... Ich brauche ich hochleben. Okay, hier ist nichts weiter. Ich bin immer noch halb tot. Ja, ich könnte jetzt hier meine Waffe mit Feuer übersetzen. Bringt mir jetzt aber auch grad nicht wirklich was. Ach, dich. Dich brauche ich. Von euch brauche ich noch viel mehr. Ähm... Das Weitere war hier aber nichts, wenn ich mich richtig täusche, ne? Ne. Weiter zurück geht, glaube ich, gar nicht, kann das sein. Ne, hier wurden wir hier... Hier haben wir angefangen. Gut, und dann werden wir jetzt... Wenn wir hier abhängen können. Nach und nach alles abklappern. Aha. Während ich mir hier noch ein bisschen was einverleibe an... Oh, da hätten wir mehrere Mannequins. Sorry, aber ich kann grad nicht anders. Weil... Das sind echt Probleme. Das ist jetzt meine Leben-Auffüllmaschine. Obwohl die irgendwie richtig viel bringen. Irgendwie nehme ich so gut, war gar nichts. Na komm. Ja, okay. Also wenn ich jetzt gleich bei meiner Suche nach Sachen sterbe, dann ist das Ganze ärgerlich. Das wäre nicht witzig. Dann würde ich wirklich... Dann werde ich böse. Aber ich, äh... Noch lebe ich, ja? Ja, noch lebe ich. Holgrim. Hallöchen. Erstens, ich hab's ein Artefakt für dich. Zweitens, wie sieht's mit meiner Heimsuchung aus? Fehlt mir noch ein klein wenig. Dann möchte ich gerne ein Schlangenloch benutzen. Und zwar werden wir als erstes... Rechts ab... Ja, die Zwielichskathedale. Gut. Klappen wir zuerst die Zwielichskathedale an. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir wirklich alles, was wir haben können. Also was... Ja, ihr wisst, was ich meine. Also alles, was wir haben können an Gegenständen und Zaubern, womit wir Sachen erreichen können, haben wir, glaube ich. Ich glaube, da war das Teleportationsding das letzte. Ich hoffe... Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, was wir werden zu sehen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. So. Gucken wir uns doch mal die Zwielichskathedale an. Ah, ha. Wir sehen, wir sind doch schon direkt hier schon mal zwei Kästen. Aber wir haben noch... Solitar, habe ich gebrocht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen um einen Kuss. Da fiel mir gerade ein. Ich habe doch noch die Lebensressenzen. Mein Gott, bin ich dumm. So, da. Oh. Hä? Hä? Oh Gott. Ja. Mann, ist die versteckt. Versteckt genug für mich auf jeden Fall. Ähm. So, die erste haben wir. Und da hinten sehen wir auch schon die zweite. Also das heißt, wir sehen sie, aber wir... Okay. Hä? Hier soll eine Trose... Ah, Löchchen. Aber ich habe hier gerade noch was ganz anderes entdeckt. Nämlich... Hier geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, wohin. Jetzt wird's...